Willkommen bei Battlefield 4 Friends! Hast du Battlefield 4 Friends vermisst? Auf jeden Fall. Ich bin froh, dass es wieder losgeht. Also es hat echt was gefehlt. Ich bin so ein typischer Gamer. Ich spiele tatsächlich die ganzen Spiele auch online am PC mit meinen Freunden. Aber mal rausgehen und das mal selber spielen, das macht tatsächlich schon Spaß. Ja, ich bin Julian. Ich bin der Geschäftsleiter der Firma J-Tech. Und ich mache für Battlefield 4 Friends die ganze Technik. Wir können bis zu 600 Meter am Tag weit schießen. Wenn es jetzt bewölkt ist, können wir noch mal ein Drittel weiter schießen. Und bei Nacht können wir sogar das Doppelte schaffen. Bei uns bekommst du je nach Event-Tag bis zu neun Stunden Probe-Action in und Outdoor. Denn wir sind keine herkömmliche Lasertag-Halle. Wir sind Battlefield 4 Friends. Warum würdest du Battlefield 4 Friends weiterempfehlen? Gibt es nur einmal in Europa. So detailliert und so realistisch ist es einfach einmalig. Also da gibt es gar nichts im Vergleich. Wenn ich da manche Leute bei Facebook sehe auf meiner Freundesliste, die Paintball spielen und sowas, da ist nichts dagegen einfach. Das ist gar nichts. Was reiht sich genau, dass du immer wieder dabei bist? Der Realismus im Vergleich zum Lasertag, was man halt so kennt. Also in diesen bunten, quietschbunten Waffen irgendwo in irgendwelchen fluoreszierenden Gegenden, finde ich halt ansprechender. Um diese przypadchen estão zuigen. So jacket das Boot week. 最头eren又 macht das Boot jaktight. Der Realismus im Vergleich nur in zu einem neuen